Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Es ist ein Krenz, die Leute hier sehen, wenn sie hier sehen, wenn sie irgendwo ein Land kommen, dann gehen sie weg und dann gehen sie dort. Ja, man kann man touchieren. Glider touchieren. Kann man sich nicht touchieren? Nein, man kann sich nicht touchieren, aber man kann sich nicht touchieren. Nicht touchieren. Ich bin ein Glider, okay. Es ist eine große Herausforderung. Die Leute sehen, dass sie auf der Bühne stehen. Ich habe mir gedacht, wir werden auch wieder fahren. Wir werden bald, wenn wir bald werden. Ja, als ich begonnen habe, nach einem Jahr oder einem Jahr, hat sich die Verkaufnahme gemacht. Dann hat sich die Verkaufnahme gemacht. Die Verkaufnahme ging, als die Tandem begonnen hat, dann wurde die Kinder, die Unemployed sind, Das ist eine Tandem-Scene, die Paragliding ist eine Tandem-Scene. Das 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 ist eine Tandem-Scene. Es ist unglaublich, zu sehen, diese Fliegen-Scene, die Fliegen-Scene, die Fliegen-Scene, die Fliegen-Scene expandieren. Das ist eine Tandem-Scene. 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 Das entspricht auch in Chemachal. Das ist eine Tandem-Scene. Untertitelung des ZDF, 2020